Moin liebe Wählerinnen und Wähler, mein Name ist Charlotte Lenzen und ich kandidiere als Bundestagsdirektkandidatin für den Wahlkreis 25 Unter-Ems. Sie werden sich sicherlich fragen, warum soll ich Frau Lenzen von den Linken in den Bundestag wählen? Ich möchte Ihnen klar machen, ich kandidiere, weil ich möchte, dass Selbstverständliches wieder selbstverständlich wird, dass Kinder wieder wie früher selbstverständlich ihren Lebensweg planen können, dass Menschen, die arbeiten gehen, von ihrem Geld leben können und dass Menschen, die nach getaner Arbeit im Alter bitte würdevoll alt werden können. Das ist meine Motivation und deshalb bitte ich für Ihre Stimme für den 22. September wählen Sie die Linke und Charlotte Lenzen. Dankeschön.